Die zweite Abteilung, die 393, der ist eine 7,7, die 354, eine 7,5, die 355, eine 6,7, die 335, eine 6,5. In der Wahl soll jetzt die dritte Abteilung sein. So, in der Wahl sollten Sie die dritte Abteilung aufnehmen, Start nummer 56 am Anfang. Das ist die Maria Neboll vom Reitungsfahrtverein Groß-Weltheim mit Quintina. Dahinter die 342 Champions Armani mit Nida Göbel vom Reitungsfahrtverein Steinau. Dahinter die 388 Ani mit Nida Bressel mit Cotabana Lady vom Reitungsfahrtverein Nidderpaus. Und dahinter die 344 Diamond Street mit Ani mit Nida Bressel, ebenfalls von Nidderpaus. Abteilung im Arbeiten festgelegt ab. An der nächsten Seite einfach auf Landwirte. An der nächsten Seite. A. Leichtraben Schlangenlinie führt die Waren drei Bögen mit Hutwechseln beim Unterreiten der Windlinie. Schlangenlinie führt die Waren drei Bögen mit Hutwechseln beim Unterreiten der Windlinie. Schlangenlinie führt die Waren drei Bögen mit Hutwechseln beim Unterreiten der Windlinie. Schlangenlinie führt die Waren drei Bögen mit Hutwechseln beim Unterreiten der Windlinie. Schlangenlinie führt die Waren drei Bögen mit Hutwechseln beim Unterreiten der Windlinie. believers in die Waren drei Bögen mit Hutwechseln beim Unterreiten der Windlinie. Der Fahrt wechselt. B auf den Mittelzirkel geritten. Abteilung im Arbeitstempo, Galopp, Bahn. Die ganze Bahn. Abteilung im Arbeitstempo, Galopp. A, Anfang rechts, links markiert auf, Marsch. Anfang rechts. Als nächstes Mal. Als nächstes Mal. Als nächstes Mal. Der feld. Einmal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.